Jo, was geht ihr Schlingel? Ich war gerade mit Ehrenbruder Kylo spazieren. Wetter ist bescheiden, Laune ist bescheiden, Erkältung. Heute ist schon ein bisschen besser als gestern, Test ist negativ. Was wichtig erstmal ist, weiter geht's Kylo, weil man ja auch mit der Familie zusammengesessen hat. Aber ich hoffe, ihr habt es euch gut gehen lassen mit eurer Familie an Weihnachten. Habt die Seele baumeln lassen. Ja, ich mach jetzt erstmal einen Stepper mit Kylo auch entspannt. Das ist auch verrückt, ich bin jetzt 20 Minuten mit Kylo spazieren, keine Kraft mehr. Einfach keine Kraft mehr, am nächsten Mal auf Sofa und Fettstackmodus aktivieren, was fressen und Mittagsschlaf machen. Vielleicht, also hab ich auch nur das Gefühl, aber wenn die Erkältung krasser so. Früher, wenn man eine Erkältung hatte, dann war man trotzdem unterwegs, hat alles gemacht. Und jetzt gefühlt irgendwie 20 Minuten spazieren, keine Kraft mehr für nichts. Na E.T., willst du nach Hause telefonieren? Ja. Okay. Okay. Ja.